ich habe mir das ist willkommen zurück hier zu Boutania Garden of glass unsere Tiere sind jetzt ob da kann man durchschießen das ist ein Schuss sicher aber holi steht Prozent der Kreis durch die Woche haben wir haben Tiere die Texte eingezäunt uns bringt erst nix jetzt Sachs mit zu viel ist Sachs so sie sollten die andere Richtung erschießen eine ganz gute Idee Prozent oder ging im Boden egal wir machen jetzt den Geiergarten 2.0 ich hab den Bogen weggepackt der uns beim letzten Mal schon fast nix gebracht jetzt sagen It's a go noch andere Musik dann und er wurde zu viel mehr wenn wir im Ganzen einfach viel schlimmer ich bin und er macht es ist so war ich hoffe in den Zügel über die besten wieder in mit Gm Reparierer anfangs dazu noch harmlos Gudeau noch keine Resistenz und kein Regen gebraucht 2 als Psy Psy gehört unseres zu den anderen der Benutzen Stab gegen uns der Gya Garlien was er noch verläuft relativ schmerzlos der Resistenz-Drank ist extrem gut Ich bin schon mal auf der anderen Seite. Maniwitsch, ne Bitch! He hurts, he really... Au! Endphase, wir können nochmal Strength trinken. Und mal Resistance trinken. Äh, Resistance... Ähm, na! Absorption! So, sind aber das Wort nicht eingefallen. Gut, wir sind jetzt fast in der Endphase. Absorption, okay. Wir können nochmal ein bisschen Regen vertragen. Okay, und jetzt geht er richtig crazy ab. Deswegen ist so ein Tinker schwer, also fast besser, weil... Oh, das Schießen bringt eigentlich relativ viel im Kampf. Ich würde interessieren, wie viele Viecher jetzt schon wieder drauf gegangen sind. Oh, letzter Schlag. Last Hilt. Last Hilt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist echt knapp. Am Schluss wird er echt schlimm. Schießen. Jers, wir er 달ten. Super! So... so eine preis ist halb tot aber egal vier vier sind gestorben muss drunter springen gut wie geben uns mal kurz laut schieß und dann gehen wir in 1 um bis in die base zu reparieren wie ihr seht ich schiete nichts reparieren bis in die base weil ich wenn sich sie es nicht ein nur weil ich nicht wusste dass der was kaputt macht wie jetzt ich meine ganze base umbauen dass die irgendwo anders ist das wäre dumm so gut und die tiere schon relativ gut aus und anzahl ja so und wäre jetzt nämlich gleich wie viel geist bekommen 16 normalen uns fünf oder so im fall ist jetzt schon am schluss der richtig crazy gegangen kann doch wieder musik einschalten so perfekt die hof und aufnahme jetzt nicht unterbrochen gut ist die ganze wieder in geben 0 und ihr gesehen haben nichts gescheitert ich wir haben sogar das ganze gut wir haben denn um kraft die kärzigen wird es genau kritisiert der menschen grüßt flow ab ok cool in der erste will darauf sieben jetzt nicht genau perfekt genau das sieben sogar hier über unserem kopf mit so ein cooles quasi das zeichen drüber alles weg uhr macht man aber es bekommen awesome gut sie auch machen sollten ist diesen dies auf faith rechtsklicken man kann 1 es gibt 6 sehr powerfulle items sehr starke items in botania die sieben auch hier in den wagen vorbeigeblättert in botania achievements das sind die fünf items man kann auch diese drei ringe dann zu diesem ring of the asia zusammen kraften jeden fall diese sechs items gibt es in botania die besten items und man kann jeweils einen durch so ein dice of faith bekommen durch den würfel wenn man pech hat erwischt man irgendeine zahl doppelt und bekommt nichts wenn man kann jedes item als spieler nur einmal bekommen daher und falls ihr jetzt glaubt man kann sich an dem da unten orientieren in der leiste das ist nicht gesünkt gut wir haben das holy sword of excalibur das zielsucherschwert awesome ich wollte schon sagen ich hoffe ich bekomme das ja das ist eines der besten items für den anfang ihr seht schon es macht auch extrem viel speed dazu awesome genau das ist jetzt quasi die bessere version vom terrorblade und vor allem das coole ist wenn wir jetzt mobs hätten enderman wenn wir schauen wir stellen uns jetzt eine mobfarm und man sieht schon die aimen automatisch die mobs an das ist quasi das zielsucherschwert man sieht schon das funktioniert relativ gut macht jetzt plus zehn schaden das ist nicht gerade viel wir können uns natürlich entscheiden wenn sie in die achievements reingehen sehen wir haben hier das bekommen ist eigentlich das oder die fruit habe ich so gerne am anfang obwohl beziehungsweise meine drei lieblings items sind die frucht der ring of ordain der macht nämlich schneller live regen und gibt eine zusätzliche live ähm na zusätzliche 10 leben unterschwert das ist der ring of thor der macht dass der terraschettler mehr abbauen kann das ist so ein teleporting das ist auch ganz cool kann sich so einen punkt setzen und dann hin teleportieren ist das eye of the flügel und das ist der ring of loki heißt der glaube ich der hilft beim blöcke platzieren gut das heißt wir haben für heute mal unseren kampf geschafft das heißt wir könnten hier diese flasks mal wieder beziehungsweise wieder hier abgeben und uns hier dafür unsere werkzeuge wieder zurück nehmen gut die souls haben wir hier ein bisschen mana steel ein bisschen mana pearls schadet nie der rod of depth behalten wir uns mal gut und jetzt geht es weiter mit dem enchanten des holy sword of excalibur wir brauchen mal sharpness 5 das ist power 5 breaking silk touch efficiency looting das klingt gut ich überlege dass ich euch nicht fire aspect auch noch drauf packen soll weil selber anzünden können wir uns ja nicht mehr da wir diesen pyro class und jetzt haben das finde ich eigentlich ganz cool das finde ich eigentlich ganz cool so der mana pool ist voll wir können das da drauf packen machen die drei enchantments drauf und stellen fest dass wir unseren wand of the forest unten vergessen haben das ist wirklich wirklich cool so rechts klicken wir mal 1 2 3 perfekt alle drei enchantment bücher erkannt jetzt enchantet das ganze schöne ding und dann haben wir gleich unser geiles schwert wieder das sollte jetzt dann eigentlich relativ viel damage machen vor allem die zielsucher partikel sind cool die funktion allerdings nicht auf den gaia guardian das finde ich immer noch schade dass der zielsucher nicht auf den gaia funktioniert gaia genau jetzt haben wir 16 das macht 13 das heißt unser terror blade hat ausgedient finally aber doch gut das finde ich relativ awesome das ist relativ ich finde es richtig awesome so das in die tools kiste denn das wird nicht mehr benötigt unser kleines terror blädchen gut unser holy sword finde ich und vor allem das schießt jedes mal ein partikel das ist nämlich viel besser als das andere so man sieht diesen pedestal haben wir sogar hier auf unserer brust drauf der uns vom fire protected jetzt schauen nein oh jetzt jetzt schießt die blaze ab der enderman geht crazy der geht richtig crazy oh ich hätte vielleicht kein fire respect drauf machen sollen oh kacke ah egal stimmt jetzt kann ich keine endermans mehr damit killen oh schade das heißt ich habe mein schönes schwert aber ich mache auch mobs bisschen mehr der mitsch und fallen wir sind mega schnell so den bogen kann ich dann auch nicht abschließen wir sind mit dem axt fertig machen ha gut das heißt wir haben das Ende noch nicht erreicht denn wir müssen als nächstes ins end da würde ich gern hin denn dann können sie auch die coolen flügel bauen flügel tierer sind fünf geospirits zwei elementium zwei federn und ender air dann können wir fliegen wie im creative mit dem angel ring das ist somit das nächste ziel dorthin zu kommen das heißt aber wir brauchen das end portal end portal dazu brauchen wir wie groß war das ähm die stimmigste google fragen präsent vier blöcke was lang n n fort ok nein so nur drei lang die schon Fehler gemacht das hat nur drei Da? Nein, das hat doch 4. Endportal. Das ist echt ein 3. Ich dachte immer, das hat 4. Oh. Egal. Das heißt, wir brauchen 3, 6, 9, 12 von diesen Gaia Spirits. Die haben wir. Das ist eben noch genug, um uns diese Flügel zu bauen. Das heißt aber auch, wir brauchen einen Haufen Obsidian. Das ist aber 24 Obsidian. Somit ganz viele Blazelams. Das heißt, wir machen noch mal kurz so. Yes, wir haben genau genug. Obwohl, wir hätten sogar noch mehr. Die Blazeform ist echt toll. Ich mag die. So. Awesome. Gut. Ich würde sagen, dann sind wir so halt mit den Vorbereitungen fertig. Ich bin am überlegen, wie kriege ich Enchantments darunter. Egal. Das ist dann mein Problem. Gut. Ich kann keine Enchantments killen. Das ist nervig. Gut. Kurz wieder den Terror Shatter aktivieren. Dann sollte ich mal auf S-Rank bringen. Das heißt, beim nächsten Mal entweder gehen wir ins End. Oder bauen hier weiter an unserem Skyblock. Denn ich will eigentlich nicht noch einen Gaia Guardian machen. Und das gratis gemacht haben. Oh. Haben wir überhaupt noch genug Gaia Spirits? Doch, wir könnten noch einen machen. Ha. Awesome. Gut. Gut. Wir würden unsere Pewrezy. Daisy. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. gut 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 ist somit alles was uns irgendwie im kampf helfen könnte wohl die können doch noch unseren sash upgraden ich bin gerade echt im überlegen ob ich nicht noch ein gaia platten machen soll jetzt nur hier obsidian farben ist auch nicht das gelbe vom ei ach das war jetzt nicht zugewollt so sollen wir noch einen gaia guardian machen die frage wie viele das ist kein problem wir können uns sofort um terrorsteel bauen die flasks haben wir auch noch alle über das das geht so so das passt dann brauchen wir jetzt mal hier auf die seite irgendwo hin das heißt wir brauchen für die für das portal so den wand of the forest kann ja auch weg packen dann brauchen wir wieder unsere ganzen schönen fläschchen zwei users könnte knapp werden aber okay okay dann brauchen noch vier geier spirit dinger und dann lassen sie mal die base schön zu ficken so gut dann überziehe ich zwar eine menge aber egal sie meine das wäre weniger schön brauchen nach ihnen den mann mal hatte jemand jr die 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 mögliche nicht so direkt die rt ins end hausten im mein Team war in center für sie ist gut ist nicht der 4 die musik für diesen Moment das Mikro nimmt noch auf, Wahnsinn so, los geht's wir kriegen jetzt in so eine Fruit oder sowas und die Station brauchen wir jetzt noch nicht die macht jetzt schon mal die ganze Base kaputt Alter Geierarsch Geierarsch, ah das ist nur ein Spitzname, Geierarsch da hat es schon ganz schön rein jetzt geht es gar nicht, ob ich das pinke Zeug laufe äh, Revalization das ist jetzt getrunken jetzt hab ich's getrunken ich sehe Regen und dann geht's los Geierarsch ich sehe gemein, dunkels Ich aber nicht zu lassen den Tieren darüber gehen das finde ich jetzt eher nicht so geil ah, das kann noch dauern wo ist der Gaia wo ist der Gaia muss ein bisschen aggressiver drauf gehen ich hätte noch Absorption ein bisschen mehr machen sollen das wäre echt eine gute Idee gewesen nein, 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 nicht drunter ah, das dachte ich verrunter holy shit wo ist denn der Gaia nein, der Gaia der Gaia Guardian der Gaia Guardian der Gaia Guardian der Gaia Guardian nicht da ist so böse das Essen Ich hab' diesen Zepter da unten auch noch mit irgendwas verzaubern. Ich glaube nicht, dass das geht, also meinst du jetzt nicht im Kopf. Oh Gott! Oh Gott! Jetzt fällt es mir gerade erst auf. Ahhhh. Ich hab' gar nicht auf mein Leben geachtet, holy shit! überhaupt nicht drauf geschaut ok, drüben auf der Mobspawningphase ich hab das auch, Herr Gaia ja, braves Gaia-Ding wir können uns mal wieder dann Strength reinziehen wenn die Mobspawningphase zu Ende ist genau, auf die kann ich ja aimen automatisch so Skelett, wo gehst du hin? das macht das Ding gut, weiter geht's kostet die Mobspawning achten ja, ja, Pawningphase Die H-Druckmusik passt gut dazu. Definitiv. Das ist echt geiler Fight. So viel länger ist das echt geil. Ich will nicht dass er... ... wieder... Oh meine Kühe... Wow der hat ja ganz schön unsere ganze Base. Irgendwie sind wir beim letzten mal nicht so lange vorgekommen in der ganzen Fight. Okay, ich muss dich mal machen. gelastet zum Sterben erhältlich die KM auf die Arsch und besser der erste Mieter der Gehörn so seine Verhältnisse Kürtel zielen okay haben wir noch nicht gut sind so drauf ist aber in dem Sinne würde ich schon mal sagen danke fürs Zuschauen lasst doch einen Daumen nach oben da wenn es sich gefallen hat und bis zum nächsten Video Ciao